guten abend meine damen und herren das thema dieser sendung ist wie das satanskult salonfähig gemacht wird erstens man dreht einen horrorfilm mit teuflischem inhalt devil stew zu deutsch teufelsbrot das in den usa verbotete werbeplakat zeigt eine mit blut übergossene und kopfüber an einem kreuz aufgehängte schwangere mit der überschrift nicht alle wunder stammen von gott in deutschland wird mit dem blutplakat geworben und es wird den gewinnspielen verlost zweitens man stellt ein werbevideo mit perfidem inhalt ins netz devil baby attack teufelsbaby attacke es zeigt wie ein ferngesteuerter kinderwagen durch die straßen new yorks rollt ein furchterregendes baby mit blutroten augen schnell schreiend und speiernd hoch und schockt die ahnungslosen fußgänger zu tode der clip ist in fernsehshows zum beispiel bei stefan raab und bei youtube mit über zehn millionen klicks in nur 24 stunden der absolute hit stefan raab amüsiert sich sogar noch mit der original horrorpuppe und bedient sie per fernsteuerung drittens die produktionsfirma 20th century fox verspricht einem bonus in form von zusätzlichem videomaterial wenn fans ihren religionswechsel zum teufelskult in ihrem facebook profil bekannt machen der werbeclip endet mit den worten der antichrist kommt der film startet in den deutschen kinos nicht wie ursprünglich geplant am 10 april sondern am 8 mai 2014 in diesem film meine damen und herren verharmlost man grausamste praktiken des satans kultes den es leider nicht nur im kino sondern auch in der realität gibt die lebensverachtenden praktiken beinhalten orgien mit drogen tieropfern und das trinken von blut die rituellen sexuellen und perversen handlungen vor allem an kindern enden oft mit deren qualvollster verstümmelung und tötung auch vor sechs mit leichen und kannibalismus schrecken satanisten nicht zurück sehen sie dazu auch unsere sendung vom 25.01.2014 sekten beauftragte schweigen zum satans kult helfen auch sie mit über die hintergründe von teufelsbrot aufzuklären indem sie kinobesucher sowie betreiber auf unsere sendung aufmerksam machen ich danke ihnen fürs zuschauen bis morgen ich danke ihnen ich danke Ihnen ich danke Ihnen wie Sie Vielen Dank.